Happy Birthday Gravis und Happy Birthday Apple. Beide feiern Geburtstag, beide gehören genauso zusammen wie der Martin und ich. Und du kannst mir mal ein paar schöne alte Schätzchen hier bei euch im Gravis dort zeigen. Sehr gerne. Was hast du denn hier Schönes im Angebot? Wir haben hier vom iMac bis hin zu wirklich den alten Macintoshs alles da. Und was ist das hier? Ist das dein Lieblingskamerad hier, weil da die Sektflaschen schon drauf sind für den Geburtstag? Genau das. Wunderschönes Gerät, funktioniert noch. Ich kann Texte schreiben, nur enthalten ich ins Internet. Ins Internet kann man, glaube ich, mit diesem Kamerad hier auch nicht mehr gehen, beziehungsweise hat der WLAN überhaupt der Newton? Ne, das hat er auch nicht. Das ist quasi das Ur-Apple-iPad gewesen. Kann man mal gucken, wie fortschrittlich hier Apple schon war. Denn aus welchem Jahr stammt dieser Newton? Der stammt aus dem Jahr 1993. 1993, Pi mal Daumen, also 21 Jahre alt. Und falls ihr auch so schöne alte Exponate euch ein wenig näher angucken möchtet, dann könnt ihr das machen auf der Berliner Allee bei Gravis vorbeikommen bis zum 31.03. Das ist einfach. Ich forge die Pfänden auf der Berliner Allee bei Gravis vorbeikommen. Ich sache die Pfänden auf der Berliner Allee bei Gravis, Vielen Dank.